Das sind keine Videos, nur Bildrauschen, probier's mal mit rausgehen und versuch dann einfach mal nicht so wie'n Trottel zu texten Wäre Battle-Rapper ein Ego-Shooter, wärst du mit dein Maus und einfach jede Zielschreibe aus Notorial-Levels Ist dir das nicht Panik, sowas vor der Camp zu tragen? Wie kann man denn einfach nur so wenig Coolness haben? Du siehst wie das größte Mobbing ab, voraus und forderst mich aus und viermal ehrlich, du willst doch eigentlich aufs Maul Du nimmst immer im Dunkeln in dein Zimmer auf, Alter was, mach das Licht doch einfach mal an, vielleicht findest du dann den Tag Denkst in der VAT-Qual, die fangen Leute an, nichts um irgendeine Hurensohn, geh zur Seite, du verdeckst grad die Vögel Alles verschäumen, hol dir doch erstmal ne bessere Camp, obwohl es auch besser, wenn man von den Gefruchtel gar nichts erkennt Wohl bei es sei Scheiße, da brauch ich auch recht nicht zu erklären, er battelt hau beruflich Leute, die viel besser sind als er